Musik Kurke meine Freunde und damit willkommen zu einer ernsten Folge in Team Mal Survival Games Ihr habt euch gewünscht, dass ich mal ein bisschen ernster bin Das Ding an der ganzen Geschichte ist, ist einfach so, ich hab kein Bock drauf Jetzt haltet eure Fresse Genau, das meine ich mit ernster Folge, das ist für mich eine ernste Folge Niemand hat sich das gewünscht, wenn doch, dann wird er gebannt auf meinem Kanal Hier gibt es keine ernsten Folgen, meine Freunde, das gibt's nicht Und ich hab vergessen, dass es zu wechseln Ich wollte eigentlich heute mal Brandstifter nehmen Dann halt nächstes Mal, oder nächste Runde, je nachdem Vielleicht gibt's ja zwei Runden, ich weiß es nicht Derbi, ja, hoffentlich 5 Dias, das reicht mit dem Dias Schwert, nicht kacke, aber egal Ähm, Alter, sieht das geil aus Wenn ihr wisst, von wo das ist, schreibt's mir in die Kommentare Ich mach diese Quest jetzt zwar schon zum zweiten Mal, dass ich euch frage, von wo das ist, also genau dasselbe ist Und, ähm, ja, das heißt, ihr könntet es schon zweimal in die Kommentare schreiben, also schreibt es zweimal in die Kommentare, jedes Bescheid Wenn ihr's denn wisst, wenn nicht, dann seid ihr schlechte Abonnenten Nein, nein, seid ihr ja immer gute Abonnenten, egal was ihr sagt Vielleicht seid meine Abonnenten, was laber ich wieder Alter, du Pisser Mach nicht so ne Scheiß, ich hab kein Bock da Ich krieg ne Krise bei solchen Leuten Und ich hab nix, um meinen MLG zu vollziehen Und auf in die Schlacht Er ist nicht gestorben, ah doch Wurde grad sagen Oh nein, ich hab den Block MLG verkackt Alter, war das gut Okay, ne, das war eigentlich nur Oh, oh, John Cena Äh, was? Wollte den Move nochmal machen Das ging irgendwie in die Ose Alter Das war sehr schlau von mir, würde ich mal meinen, ne? Ich hab 10 in die Kommentare Schlau von der Diers Sehr schlau, oder schlau? Oh lol Guckt euch mal an, wie krass knapp das vor dem Abkommen war Ich hab 10 Diers Oh, oh, oh Damit mach ich mir was geiles Was steiles Was mich anregt Das Kid ist eigentlich gar nicht mal so kacke Für den Anfang angesch... Nicht ziemlich geil Also wenn ihr noch keine Kids habt Kann ich das hier auf jeden Fall empfehlen Mach jetzt einfach mal so einen richtig behinderten Move Bei dem ich auf jeden Fall sterben werde Ah, die Folge geht zwar erst 4 Minuten Vielleicht soll ich damit noch warten Ich weiß nicht Ich will das jetzt machen Ich will das gucken, ob das passiert, was ich davon glaube, dass es passiert Alter Chee-chee-chaos Chee-chee-chee Schlau das in die Kommentare Also Leute, wir haben hier eine Startbahn Und... Ui! Das hat's auf jeden Fall gebracht Und ich dachte eigentlich, dass man dadurch einfach so gerade wie ein Zahnstocher in die Luft fliegt Seit wann Zahnstocher auch immer in die Luft fliegen, aber okay Wer weiß, was ich meine Alter, das war sehr gut, würde ich mal meinen Okay, Gegner, was seid ihr denn jetzt Ah, es ist nur noch ein Gegner vertreten Lolli-lol Oh nein, oh nein, oh nein Ich habe ein bisschen Angst, weil ich gerade einfach mega low bin Um ehrlich zu sein Und er kommt, er kommt Nein, der Fettsack kommt Er kommt Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Ich habe eine richtig lustige Idee Diesmal will ich den Trick machen Diesmal will ich ihn machen Und den hiermit in den Abgrund befördern Oh nein! Es hat nicht geklappt Es hat gekla... Oh! Es hat zwar nicht in diesem Weg geklappt Aber es hat andererseits geklappt Alter, was ist geil Oh man Als ob der wirklich so gestorben ist Wie ich es wollte Aber nicht durch den Trick Aber egal Ich wusste nicht, dass hier noch offen ist Aber eh Ah, der hat da wahrscheinlich aufgemacht, ne? Egal Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da Bis zum übernächsten Mal Nächstes Mal erlaube ich nicht, dass ihr zuguckt Doch, ihr dürft nächstes Mal zugucken Ausnahmsweise Nur weil ihr es seid, okay? Nur weil ihr mich abonniert habt Wenn ihr mich nicht abonniert habt Dann dürft ihr auch, weil ihr mich nicht abonniert habt Hey was? Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020